Wir bleiben vor Gericht. Gerade kam die Meldung. Der Prozess gegen Olaf Gläsecker ist eingestellt worden. Der frühere Sprecher von Christian Wulff war der Bestechlichkeit und Bestechung angeklagt. Er hatte aus der niedersächsischen Staatskanzlei heraus Sponsoren für eine prominenten Party des Eventmanagers Manfred Schmidt geworben. Und Schmidt wiederum hatte Gläsecker oft eingeladen zu Freiflügen und Urlauben. Aber es lief wie im Fall Wulff gut für den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben sich geeinigt. Gläsecker und Schmidt sollen eine Geldstrafe zahlen. Damit ist das Verfahren beendet. Zu den Details schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Thorsten Habke. Der steht vor dem Landgericht in Hannover. Herr Habke, Christian Wulff hatte ja einen Deal noch abgelehnt. Gläsecker hat jetzt zugestimmt. Können Sie das mal für uns einordnen? Ist das gut oder schlecht für den Angeklagten? Ja, offenbar gut, denn er hat sich ja damit einverstanden erklärt. Es war eine Abwägung. Lässt man dieses Verfahren noch lange laufen? Es wären noch zahlreiche Zeugen notwendig gewesen bei der Beweiserhebung. Das hätte zahlreiche Verhandlungstage bedeutet. Mit einem unkalkulierbaren Ende im Urteil. Oder aber gibt man jetzt einen Geldbetrag von 25.000 Euro als Geldauflage aus? Hat dafür aber die Sicherheit, dass das Verfahren beendet ist? Hat die Sicherheit, dass man unschuldig ist? Denn eine Einstellung unter Geldauflagen heißt eben, dass die Angeklagten nicht vorbestraft sind. Und in der Abwägung war es für Olaf Gläsecker und den Mitangeklagten Manfred Schmidt eben dann das Richtige zu sagen, damit sind wir einverstanden. Wir akzeptieren die Geldauflage und haben damit dieses Verfahren beendet. Und auch für die Staatsanwaltschaft war es offenbar der richtige Schritt. Denn die Staatsanwaltschaft hat damit dokumentieren können, dass nicht zu Unrecht ermittelt wurde. Das haben beide Angeklagte in ihren Schlusserklärungen noch einmal deutlich gemacht. Aber es ist eben eine geringe Schuld, so die Staatsanwaltschaft. Und so hat es auch die Richterin heute gesehen, als sie diesen Antrag dann akzeptierte. Eine geringe Schuld und das öffentliche Interesse an einer totalen Aufklärung bis ins Letzte. Das ist eben geteckt dadurch, dass diese Geldauflage gezahlt wird. Und insofern sind alle Beteiligten, angeklagte Staatsanwaltschaft, aber auch die Richterin mit diesem Ende einverstanden. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Das mutet ja so ein bisschen an, als ob diese ganze Anklage gar nicht richtig sinnvoll war, vielleicht gar nicht auf begründet genug war. Kann man das auch so sehen? Zumindest wurde es hier im Gerichtssaal heute anders gesehen. Und das war schon ein interessantes und auch sehr harmonisches Ende, in der es eigentlich Lob für alle Seiten gab von der Richterin. Und gerade zu diesem Punkt hat sie gesagt, die Staatsanwaltschaft hätte dieses Verfahren sehr präzise und objektiv geführt. Mit anderen Worten, da war schon am Anfang etwas. Und sie hat auch noch mal in ihrer Einstellungserklärung jetzt deutlich gemacht, an welchen Stellen sich auch in der Zeugenvernehmung, in der Beweisaufnahme etwas geändert hat. Und da ist sehr maßgeblich der Zeuge Christian Wulff, dessen Name sie zwar nicht nannte, aber es war klar, dass er gemeint war, der eben bei der Staatsanwaltschaft noch so getan hatte, als wenn er vom Handeln seines Regierungssprechers überhaupt gar nichts mitbekommen habe, gar nichts gewusst habe, als wenn die Freundschaft zwischen Olaf Gläsecker und Manfred Schmidt ihm nicht bekannt gewesen sei. Und Christian Wulff musste eben hier im Gerichtssaal dann doch diese Aussage zurücknehmen und deutlich machen, jawohl, ich habe davon gewusst, jawohl, es war in meinem Interesse, dass mein Regierungssprecher so sehr um Sponsoren warb. Denn ich wollte, dass diese Veranstaltung, der Nord-Süd-Dialog, ein Erfolg wird. Und ich finde das Verhalten meines Regierungssprechers in der Sponsorenwerbung korrekt und im Sinne des Dienstherrn. Und das sind eben Aussagen, die bei Anklageerhebung so noch nicht vorlagen, die erst im Gerichtssaal so gemacht worden sind und die dann dazu beigetragen haben, dass diese Einstellung möglich wurde. Also insofern kein Fehler der Staatsanwaltschaft, sondern das, was man häufiger in Gerichtssälen hat, dass sich eben ein Sachverhalt klarer herausstellt in einem öffentlichen Verfahren, als das vorher beim Ermittlungsverfahren der Fall war. Ja, eine Einschätzung zum plötzlichen Prozessende gegen Olaf Gläsecker. Herzlichen Dank, Herr Habke, nach Hannover. Bitteschön. 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 Bitteschön.